Wir sind jetzt hier in Garmisch-Partenkirchen und wir wollen jetzt zur Pachtnacht Klamm. Da waren wir schon mal vor zwei Jahren im Winter. Jetzt haben wir ja Sonne und wollen uns mal anschauen, wie es da so aussieht. Im Hintergrund seht ihr schöne große Berge, überall eigentlich. Egal wo man hinguckt, die Dinger sind einfach überall. Und dann schauen wir mal, wie es in der Klamm aussieht. Schöpfchen. Oh Mann! Oh Mann! Schöpfchen. jeu. Blaughter, B Star Ocean. Stock der B board. Musik 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 . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020